Mein Name ist Reinhold Ewald. Ich bin Kollege von Alexander Gerst, dem ESA-Astronauten, der zurzeit auf der Internationalen Raumstation arbeitet. Alex macht ja viele Facebook-Einträge, Bilder, Kommentare und da gibt es Fragen, die er natürlich nicht beantworten kann. Er ist ja noch sehr beschäftigt da oben. Ich versuche das mal an seiner Stelle, indem ich mir hier eure Fragen und Kommentare anschaue. Dann haben wir Astrid Figoi-Reisewitz. An dieser Stelle hätte ich mal eine Frage, die mir tatsächlich auf den Nägeln brennt. Hoffentlich tut es nicht weh. Hört ihr euch manchmal Musik an zu diesen großartigen Bildern oder brummen die Geräte in der ISS? Tatsächlich ist der Krach am Bord der ISS ein großes Problem. Viele Geräte gleichzeitig brummen da, summen, scheppern vor sich hin. Und die Möglichkeit Musik zu hören ist darauf beschränkt, dann wirklich mit Kopfhörer auch einmal den Lärm draußen zu lassen und Musik zu hören. Aber nicht so viel, dass man nicht die Alarmsirenen noch hört. Sollte etwas am Bord passieren. So, jetzt gehen wir weiter. Am 25. September schreibt Alex Willkommen, die neueste Erweiterung unserer Raumstation und zeigt ein Bild, wie ein Roboterarm, den er steuert, den Transporter Dragon an die Raumstation herangeführt hat. Dazu gibt es die Frage von Ursula Pfeiffer. Was ist es, ein Versorgungsmodul oder ein neues Labor? Nein, es ist ein Versorgungsraumschiff, was bis an die Raumstation heran navigiert hat und dann den letzten Meter sozusagen hereingezogen wird mit dem Roboterarm und für eine Weile am Bord der Raumstation dann angedockt bleibt. Andreas Wille fragt, verändert sich eigentlich die Flugbahn der ISS ein wenig dabei, weil es ja mehr Masse auf der Raumstation gibt. Die Raumstation muss doch eine genau gerechnete Geschwindigkeit fliegen, um im Orbit zu bleiben. Oder täusche ich mich da? Nein, nein, das ist schon richtig. Also mehr Masse heißt natürlich auch, dass die Steuerung der Raumstation sich darauf einstellen muss. Die Geschwindigkeit ändert sich so nicht, weil das Raumfahrzeug ja dieselbe Geschwindigkeit hat wie die Raumstation, sogar dieselbe Bahn. Das ist ganz wichtig, damit es keine Verformungen gibt. Aber die zukünftigen Korrekturen der Bahn, der Raumstation, die müssen diese zusätzliche Masse tatsächlich in Betracht ziehen. Wo kommt Dragon her? Dragon ist gestartet in den USA von einer Falcon 9, wenn ich da nicht falsch beraten bin. Und hat dann selbstständig zur Raumstation gefunden. Maurice Butt fragt, wie hast du da oben eigentlich Internetverbindungen? Die Internetverbindung wird gewährleistet über die Satellitenstrecke, wo wir auch all die schönen Videos herbekommen. Fagen wir mal so zwischen 70 und 80 Prozent des Orbits haben wir die Möglichkeit, breitbandig mit der Raumstation in Verbindung zu sein. Und die Raumstation kann uns Bilder und darin eingebettet natürlich auch Daten schicken. Und diese Daten, das ist die Internetverbindung. Auf der Erde wird das nochmal getrennt, damit keine Viren oder sonstige Schadsoftware zur Raumstation gelangen, indem man da entsprechende Vorkehrungen und eine Firewall zwischenzieht. Dave Fargo, der interessiert sich dafür beim Besuch der Russin Jelena Serova. Und Kollegen fiel mir auf, dass eure weißen Socken auch an den Sohlen extrem sauber waren. Wer putzt eigentlich bei euch so gründlich? Dave, da müssen Sie nicht auf die Sohlen gucken, sondern auf die Oberseiten der Socken. Sohlen sind in der Schwerelosigkeit fast nicht in Benutzung. Sogar die Hornhaut unter den Sohlen schwindet relativ schnell. Die muss man sich auf der Erde erst wieder erarbeiten. Dafür gibt es aber Hornhaut auf der Oberseite der Socken, denn wir gehen mit den Füßen immer unter Schlaufen oder irgendwelche Haltegeländer. Und das gibt natürlich, wenn man sich da permanent auf der Oberseite sozusagen der Füße festhält, da gibt es dann die Hornhaut oben und vielleicht auch den ein oder anderen Abdruck auf den Socken. Brent Mauriello fragt, I want a poster of this. How can I get a high-resolution image? Nichts leichter als das. Diese Bilder sind alle auf den Webseiten des DLR, auf der ESA-Seite oder auf Alexander Gersts Flickrkanal abrufbar, in der höchsten Resolution, die wir da einstellen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017